So, jetzt sitzen wir in Battenberg statt in Bad Bildung. Hallo Claudia. Ja, wir hatten schon mal ein Gespräch, aber da war extrem starker Wind auf dem wunderschönen Schloss Friedrichstein und dann ist das eigentlich Ehrensache, dass wir das nochmal vernünftig wiederholen. Schön, ja, Bergstädchen hier in Battenberg. Wir sitzen hier im sogenannten Rosengarten neben der Neuburg. Das ist das Rathaus von Battenberg und den Rosengarten kann man besichtigen. Ja, Claudia, du warst schon mal im Landtag, bist dann kurzfristig nicht mehr da gewesen, weil du gegen einen SPD-Kandidaten hier im Kreis unterlegen bist und bist dann anschließend wieder in den Landtag. Ja, das war 2008 nach fünf Jahren im Landtag. Das war die damalige Y-Lanzi-Zeit. Hat dann zehn Monate gedauert und danach hatten wir ja Neuwahlen. Genau. Und seitdem bin ich... 2009 hast du den Kreis für die CDU wieder direkt geholt, ne? Ja, ja, für mich selber. Also im Kreis gewinnt man schon direkt... Ja, aber die CDU klopft sich dann auch auf die Schulter und sagt, unsere Kandidatin... Ja, ist ja auch so. ...ist ja auch richtig. Wollen wir auch gar nicht drüber weiter reden. Du bist auch im Kreistag tätig in Waldeck-Frankenberg. Da bin ich stellvertretende Fraktionsvorsitzende und schulpolitische Sprecherin. Gut. Dann bist du noch... hast du noch viele Funktionen, wenn wir die alle aufzählen. Aber ganz wichtig ist, weil du schulpolitische Sprecherin, sagst du, bist bei der Hans-Fissmann-Schule in Frankenberg ehrenamtlich Mitglied des Verwaltungsrates. Genau. Auch diese Legislaturperiode darf diese Arbeit fortsetzen. Und mir ist gerade am Berufsschulwesen sehr gelegen. Ich habe ja mal nebenbei Wirtschaftspädagogik studiert. Und die Entwicklung hier bei uns im Landkreis mit den beiden rechtlich selbstständigen beruflichen Schulen, da gibt es nur vier Stück in ganz Hessen, die ist positiv. Trotzdem, wir müssen alles tun, um auch die duale Ausbildung hier bei uns im Landkreis voranzubringen. Und das macht einem ja jetzt auch gerade in Corona-Zeiten ein bisschen Sorge. Wir haben noch viele unbesetzte Ausbildungsplätze. Dabei ist es so toll, einen Handwerksberuf zu ergreifen. Und man hat auch sehr, sehr gute Aussichten in diesem Beruf. Und das müssen wir aber den Jugendlichen noch vermitteln. Kommunizieren, genau. Das gibt es in Hessen ja schon sehr, sehr lange, dass eine abgeschlossene Ausbildung und mittlere Reife dem Fachabitur entspricht. Man also dann an eine Fachhochschule gehen kann. Und inzwischen gibt es auch für die Meister den erleichterten Hochschulzugang. Also das, was Schleswig-Holstein schon Arnold Dunnemalz hatte, hat Hessen nun auch. Also es gibt da ganz viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Nicht vergessen. Dann ganz brandfrisch. Ganz ist es nicht. Aber seit April bist du auch Mitglied der Verbandsversammlung Naturpark Kellerwald Edersee. Ja, ich bin gewählt. Aber die erste Sitzung findet erst nächste Woche statt. Und ich freue mich sehr auf diese Tätigkeiten. Hier ist der Naturpark sehr wichtig. Das ist ja das Umfeld um den Nationalpark. Und dort haben wir die Chance, für unsere Kommunen Nutzen zu ziehen, auch aus dem Nationalpark viele Gäste zu begrüßen und die Kommunen touristisch weiterzuentwickeln. Wir erinnern uns, dass Wilhelm Dietzel damals schon ein Millionenprogramm hatte, was den Naturparkkommunen zugutegekommen ist. Und ich will jetzt daran arbeiten, dass wir dieses, was wir schon erreicht haben, stabilisieren und noch verbessern im Sinne des Gesamtlandkreises und Tourismus. Und der Kellerwaldverein zum Beispiel unterstützt auch Kulturelle, weil jetzt die große Kunstausstellung in der Sündergauke empfohlen mit Wachen erinnern und so weiter. Auch da ist der Kellerwaldverein aktiv. Also es ist ein breites Feld. Es ist nicht nur der Naturschutz. Und da wollen wir eigentlich nur mal darauf hinweisen. Der Kellerwaldverein verwaltet ja die europäischen Liederfördermittel. Und der kann gerade kleinere Projekte, die oft durch diese große Förderkulisse durchfallen, unterstützen von Existenz. Arbeitet aber sehr eng mit dem Naturpark zusammen und auch mit dem Nationalpark wird da eng zusammengearbeitet. Darauf wollte ich eigentlich nur darauf hinweisen, dass Kellerwald-Edersee ein riesiges Gebiet ist, das von vielen beackert wird, aber immer zum Wohle der Region. Genau. Ja. Nun ist das das Sommergespräch. Sieht zwar nicht so aus, aber wir haben 20 Grad und eine wunderschöne Aussicht hier. Und es blühen auch noch ein paar Rosen. Also herrlich. Claudia, 2020, 2021. Keine einfachen Jahre. Weder für die Bevölkerung noch für die Politik. Corona, Hochwasserkatastrophen, viele andere Baustellen. Jetzt sind wir in Hessen relativ gut mit dem Hochwasser mitgekommen, obwohl wir in der Region auch 100, 120 Liter hatten und Ecken, die abgeschoffen sind. Aber mit Corona, da geht es permanent auf und ab. Ja gut, aber mit dem Hochwasser haben wir Glück gehabt, je nachdem, wo sich diese Gewitterzellen sammeln. Und ich fand es schon toll, dass unsere Katastrophenschützer sich sofort auf den Weg gemacht haben, gerade im schüttestischen Bereich nach Rheinland-Pfalz über die Grenze. In Anführungsstrichen sind ja unsere befreundeten Nachbarn gefahren sind, um dort zu helfen. Und auch hier bei uns aus dem Landkreis waren viele Helferinnen und Helfer. THW war ganz lange im Einsatz. Rote Kreuz. Die waren im Einsatz und unsere Feuerwehr selbstverständlich Gewehr bei Fuß. Aber die hatten auch in Nordwaldeck schon was zu tun, denn auch da hatten wir Hochwass. Aber die Feuerwehren haben sehr spontan einige Gemeinden hier aus dem Kreis, alte Feuerwehrfahrzeuge, die ausgemustert werden sollten, weil Ersatz da war, dann den Kameradinnen und Kameraden in Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt, die nichts mehr haben. Ja, das zeichnet unsere Feuerwehr im Übrigen aus. Ich bin auch sehr stolz, dass ich im Feuerwehrverein in Bad Bildung Mitglied bin. Passiv. Ja, natürlich, ganz gut, aber doch immer ideell dabei und unsere Feuerwehren sind immer solidarisch und wenn es um Hilfe gefragt wird, sind die immer dabei. Wir haben ja auch die Partnerregionen in den neuen Bundesländern, die heute ja keine neuen mehr sind, aber die Partnerschaft nach Berka, die gibt es immer noch. Und da gibt es freundschaftliche Beziehungen und bei Feuerwehrfesten tauscht man sich immer. Ja, also Frankenberg in Sachsen ist das, Frankenberg, hier der Philipp-Soldern-Stadt, Föhl-Basdorf, es gibt ein Basdorf in Sachsen oder Thüringen. Und wenn Hilfe gesucht wird, ist unsere Feuerwehr immer dabei. Weil wir gerade beim Ehrenamt sind, eins deiner Ehrenämter ist die Frauenarbeit in einem Verein, der nennt sich, Moment, Staatsbürgerliche Frauenarbeit e.V. Da bist du Mitglied des Vorstands, ehrenamtlich. Genau, das nennt sich kurz bezeichnet Büro F. Wir machen Frauenbildungsarbeit in ganz Hessen. Und das ist bundesweit einmalig, das sind nämlich alte Marschallplan-Gelder der Amerikaner, die damals direkt nach dem Kriege haben die Amerikaner gesagt, 50% der Bevölkerung, damals waren sogar noch mehr, sind die Frauen. Und wenn wir dieses Land demokratisieren wollen, brauchen wir die Frauen und wir müssen in Bildungsarbeit investieren. Und dieser Fonds, der dann dort eingezahlt worden ist, das wurde übertragen auf das Land Hessen. Und wir bekommen aus dem Sozialministerium jährlich eine Förderung, haben ein hauptamtlich besetztes Büro und die Landtagsabgeordneten wechseln sich im Vorstand ab. Das heißt, wir rollieren, sind überparteilich, machen diese Arbeit mit großer Freude. Und sind Kooperationspartner, zum Beispiel vom Landkreis Weilek-Frankenberg, unser Kreisfrauenamt, macht regelmäßig Workshops und Seminare. Das ist das Frauenbüro des Landkreises mit der Beate Friedrich. Und wir stellen die Referenten und subventionieren das Ganze auf. Gerade Integration von Migranten, läuft das am besten über Frauen, wenn man den Frauen auch die Möglichkeit gibt, sich zu bilden, die Sprache zu lernen, damit sie mit ihren Kindern auch sich integrieren können. Es ist wichtig, dass wenn wir Migrationen integrieren wollen in unsere Gesellschaft, dass wir die Frauen nicht vergessen. Und da gibt es oftmals Hemmnisse aufgrund der Traditionen in den Familien. Auch der Religionszugehörig, das kann man so ansprechen. Und wir bieten halt den Frauen schon mal zum Beispiel parallel zum Kindergarten Sprachkurse. Wir haben das damals sehr intensiv gemacht. Mama lernt Deutsch. Mittlerweile sind wir so weit und sagen Papa auch. Das wird mitfinanziert, denn die deutsche Sprache ist der Schlüssel für die Integration. Die Kinder lernen es automatisch in den Kindertagesstätten, in der Schule. Wir haben ja extra auch verpflichtende Vorlaufkurse, damit die Kinder gut sprachlich vorbereitet sind. Aber bei den Frauen ist es umso wichtiger, dass wir ihnen Angebote machen, und zwar tagsüber, dass sie solche Kurse wahrnehmen können. Weil wir gerade bei Migration sind. Afghanistan ist doof gelaufen, kann man nicht anders sagen. Und im Moment werden also, Deadline ist der 31.8., wurde heute noch mal von den Taliban so bekräftigt, also Staatsangehörige, Ortskräfte aller Nationen, die also die Streitkräfte, den NGOs und wie immer da für die gearbeitet haben, ausgeflogen. In deinem Wahlkreis liegt die Burgwaldkaserne. Die von Anfang an quasi mit dem Einsatz in Afghanistan war, in Mazar-al-Scharif und in Kunduz. Und auch Frankenberg, gerade die ELOKA, hat Tote zu beklagen. Ist das jetzt wichtig, dass man sagt, jetzt lassen wir den Rest aber nicht im Stich? Dann sind die nicht umsonst gestorben? Also bei der Bundeswehr gilt die Kameradschaft sehr viel. Auch gegenüber den Familienbetrotten, aber auch der Verwundeten. Und man darf auch traumatisierte Soldaten nicht machen. Und ich bin sehr froh, dass wir hier in Frankenberg auch die Familienbetreuung sehr, sehr groß schreiben. Und wir haben ein Leben eingesetzt in Afghanistan und wir haben sehr profitiert. Das erzählen uns viele der Kameraden, die ich persönlich auch kenne, die sagen, Ja, die Ortskräfte, mit denen haben wir eng zusammengearbeitet. Vielleicht haben wir nach Deutschland gekommen und nicht nur alleine, sondern möglichst mit den Familien. Ich hätte das schon sofort mit Abzug der Bundeswehr tuniert hätte, dass die mitkommen, denn die Namen waren ja bekannt. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum das Außenministerium das so lange gebraucht hat. Und jetzt, wo es fast so spät ist, da können wir wieder nur Dankeschön sagen an die Bundeswehr, die jetzt so nicht gezögert hat und direkt nach den Amerikanern mit großem Material dort jetzt versucht, Versucht die Leute auszufliegen. Menschen nicht nur aus Deutschland, sondern auch anderen internationalen Ländern die Möglichkeit zu geben, schnellstmöglich dieses Land zu verlassen. Also ich bin ja auch etwas, ich sage lieber erfahrener statt alt. Man hat aus Vietnam nichts gelernt. Es war nämlich dieselbe Situation. Man hat sich sehr eilig dann aus Süd-Vietnam, der Republik Süd-Vietnam zurückgezogen auf Wolken, die Nordvietnamesische Armee und der Vietkong mitten im Land überall waren und hat dann in aller Hektik, jeder kennt die Bilder, wie Hubschrauber versuchen, aus amerikanischen Botschaft Leute auszufliegen, die sich an die Kufen hängen. Also man hat da einfach ein Kurzzeitgedächtnis gehabt. Aber der Landkreis Waldeck-Frankenberg wäre auch bereit, der einen oder anderen dieser Ortskräfte hier Unterschlupf zu gewähren. Es gibt viele Städte auch in Hessen und in ganz Deutschland, die diese Menschen aufnehmen würden. Ich glaube nicht, dass das das Problem ist, sondern das Problem ist, die Berechtigten jetzt zu identifizieren und ihnen ein sicheres Geleit irgendwie zum Flughafen durch die Kontrollstellen der Taliban, die quasi an jeder Verkehrskreuzung stehen, zu gewährleisten und dann noch den Zugang zum Flughafen. Und wenn sie dann da sind, dann werden sie ausgeflogen und dann werden sie auch runtergebracht werden. Da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Jetzt kommen wir mal zum ganz anderen Thema, zur Schulpolitik und schulpolitischen Sprecherin. Corona hat eins offenbart. So ganz auf der Höhe der Zeit waren unsere Schulen nicht technisch. Und man kann nicht in anderthalb, zwei Jahren das nachholen. Ich rede jetzt von WLAN, von modernen Medien und so weiter. Ich rede noch nicht mal von den Lüftungsgeräten. Man kann nicht in anderthalb oder zwei Jahren das nachholen, was man 15, 20 Jahre lang liegen gelassen hat. Nächste Woche geht die Schule wieder los. Wir sind in der letzten vierten Woche. Corona ist immer noch da. RKI spricht sogar von der vierten Welle oder der Herr Drosten. Und noch funktioniert in vielen Schulen nicht alles. Ja, aber wir sind im Landkreis wirklich auf gutem Weg. Wir sind hier zum Beispiel in Battenberg. Battenberg hat die Gesamtschule und auch die Grundschule sind komplett angeschlossen. Der Landkreis hat die Schule ausgestattet mit den notwendigen Gerätschaften innerhalb der Klassenräume. Die Schülerinnen und Schüler, die bedürftig sind, haben die Laptops und auch die Lehrer bekommen jetzt ihre Ausstattung. Also gerade... Aber warum erst durch Corona? Warum hat man das nicht vor? Wir waren ja immer bildungsmäßig weltweit immer irgendwo Mittelschlosser. Ja, erstmal ist keiner davon ausgegangen, dass die Digitalisierung da zu dient, 100% des Unterrichtes abzuwickeln zu Hause. Sondern Digitalisierung sollte eigentlich nur sein, dass man unterstützend den Unterricht auch mit digitalen Instrumenten machen soll. Wir haben den Anschluss hier ans Glasfaser gerade erst bekommen durch die Breitband Nordhessen-Initiative. Und da mussten wir ja als Landkreis erst nachweisen oder als nordhessische Landkreise, dass der Markt versagt, weil Telekom und Vodafone, wie sie alle heißen, oder O2 nicht gehandelt haben. Und die Kommunen hier, gerade im oberen Edertal, gibt es viele davon, wo die Dörfer und Städte nicht angeschlossen waren. Das haben wir gewährleistet in Eigeninitiative. Und jetzt schließen wir die Schulen an und bis zu den Herbstferien haben wir hier in Waldeck-Frankenberg die Hausaufgaben gemacht. Also ich habe da gar keine großen Bedenken. Wichtig ist doch, die Schülerinnen und Schüler wollen sich wieder in der Schule treffen. Müssen sie. Sie wollen auch am Unterricht teilhaben. Sie wollen ihre Kameraden treffen. Und bei allen guten Willen im Unterricht zu Hause aus digitaler Art und Weise kann das doch die persönliche Bedürfnisse nicht ersetzen. Und deshalb müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Und da war der Landkreis auch in den Ferien tätig. Eine Schule. Die Kalbachschule. Aber wir haben die Planung so umgestellt, dass auch die Schulen jetzt planiert werden. Wie die Edenthal-Schule zum Beispiel in Bad Bildung. Aber auch die neue Grundschule in Sachsen-Rausen. Dass die mit Luftungen ausgestattet sind. Ja. Damit gelüftet werden kann. Wir haben ein Fenster ausgewechselt. Und das Impfen ist mir auch wichtig. Unser Landrat macht zu gutem Recht dort jetzt auch Werbung für die ab 12-Jährigen. Gut, das war ja auch bis vor einer Woche oder zwei noch nicht so ganz klar. Inzwischen hat die STIKO keine Empfehlung und jetzt ist sie da. Und jetzt läuft das. Der Stoff ist auch aus. Von daher kann das jetzt auch starten. Und natürlich müssen die Hygiene-Regeln, die berühmten 3Gs auch eingehalten werden. Also ich meine, dass viele Schulen einen dringenden Sanierungsbedarf haben, ist unbestritten. Das weiß auch die Politik. Aber man soll nicht nur sagen, man soll auch mal sagen, es wird eine neue Grundschule gebaut. Das ist einer der wenigen Kreise in Hessen, wo eine neue Grundschule gebaut wird. Und es wird auch ein neues Berufsschulgebäude erstellt. Das muss man auch mal sagen. Also auf der anderen Seite gibt es natürlich genug Schulen, die andere Fenster brauchen, weil die sich nicht richtig öffnen lassen, die an Straßen liegen. Ich denke hier an die Edertalschule in Frankenberg, die an der Geismarer Straße liegt, wo das Lüften zwar eine tolle Sache ist, aber damit ist der Unterricht hinfällig, weil das ist eine vielbefahrene Straße. Ja gut, der Landkreis kann nicht zaubern und das ist ein altes Schulgebäude. Das war früher sogar auch eine Lehrer-Ausbildungsstelle und gar keine Schule mit sehr viel breiten Wänden. Naja, aber das war vor dem Ersten Weltkrieg, Lehrer-Ausbildungsstelle. Das war auch das gleiche Gebäude. Diese Schule ist grundsaniert, gerade auch dieses Gebäude. Und das war natürlich auch vor Corona eine Lüftungsanlage in so ein bestehendes Gebäude einzubauen, ist einfach kaum machbar. Ja, also da muss man dann schon lüften und wo im Falle. Nichtsdestotrotz, noch sind Parlamentsferien in Hessen, was natürlich Abgeordneter aller Couleur letztendlich dazu mehr oder weniger verpflichtet, Also neben den Sommertouren, die ja gerne und freiwillig gemacht werden, weil man dann die Zeit hat, auch mit den Wählerinnen und Wählern im Wahlkreis in Kontakt zu kommen und sich eben auch mal nicht in Fünf-Minuten-Termin, sondern in irgendeinem Ort wirklich mit den Problemen befassen kann. Sind die Abgeordneten nun, egal in welchem Bundesland, natürlich auch auf Wahlkampf eingestimmt. Bei uns im Kreis sogar auf drei Wahlen. Das ist einmal die Bundestagswahl, dann haben wir eine Landratswahl und wir haben in einigen Orten eine Bürgermeisterwahl. Fangen wir mal mit dem leichtesten an. Rosenthal ist für euch schon gegessen von der Partei. Na gut, in Rosenthal steht ein Bewerber zur Wahl und das ist ein ganz toller Bewerber, deshalb hat sich wahrscheinlich auch kein zweiter gefunden. Und ich war auch schon zum Wahlkreistag in Rosenthal. Das ist eine tolle Stadt, dort tut sich viel und ihr habt auch von der Infrastruktur, obwohl sie mitten im Wald gelegen ist, doch viel zu bieten und von daher freue ich mich auf die Bürgermeisterwahl. Also ich erinnere mich an den Wahlkampf vor vier Jahren. Da war eine Veranstaltung mit Helge Braun und ich fahre dann nach Rosenthal und muss feststellen, WLAN, da war noch kein Hessen-WLAN und keine von nix die Rede, aber in dem Städtchen, dafür hatte der Bürgermeister gesorgt, dass es an verschiedenen Ecken freies WLAN gibt, um die Flüchtlinge zu ermöglichen, über WLAN zu Hause zu kommunizieren. Also da war Rosenthal vorne, muss ich ganz klar sagen. Da haben wir natürlich auch gut gehabt, dass wir finnige Funker hatten, die dieses freie Funkennetz dort aufgebaut haben. Das hat ja von Frangenberg bis nach Bad Willungberg Freiheit vielen überhaupt den Zugang ermöglicht. Freifunk war das, glaube ich, damals. Ganz genau. Und dann war natürlich wichtig, auch für Bereiche in Rosenthal und die Sport- und Kulturhalle war natürlich angesprochen. Ja gut, ich denke an einen deiner Orts-Stadtteile von deiner Heimatstadt, das ist Fevershausen, da sind die Berge hoch und das Tal ist tief und finster, ohne dieses WLAN, das fast überall im Ort funktioniert, seit drei oder vier Jahren, wären wir ja von der Welt abgehangen gewesen. Ja, das Problem ist, da haben wir schon viele Gespräche mit den Mobilfunkbetreibern geführt, die liegen halt im Funkschatten. Ja, sag ja, die Berge sind hoch und das Tal ist finster. Wir haben aber noch mehr Waldgeflecken und da ist der Landkreis jetzt dran. Wir dürfen jetzt auch Fördermittel einsetzen und als Staat selber handeln, weil die großen Mobilfunk anbieten. Ich komme ja auch aus so einem Ort, der ein weißer Fleck auf der Mobilfunkkarte ist, als ein Oldtime, das ist bis zum Ortschild und nach dem Ortschild dazwischen schwierig. Also ich kenne das. Genau, da ich ja sehr viel auch mit meinem Auto im Wahlkreis unterwegs bin, kenne ich sämtliche Schuhe. Das sollte dich doch motivieren, hier für unseren Kreis ausreichend Druck zu machen. Genau, also wir sind da ja wirklich dran und ich habe auch schon bis zum Verleihungschef von Hessen bei der Telekom Gespräche geführt. Aber die Telekom ist wie die Deutsche Bahn. Ja, immer noch als Unternehmen, auch wenn sie was anderes behaupten. Ja, aber ich glaube, die Telekom braucht sich gar nicht zu verstecken. Das Netz, was sie jetzt mittlerweile aufgebaut haben, ich will einige weiße Flecken mit grauen Flecken ausnehmen. Gut, war damals eine Entscheidung der Grauen Post. Ihr Kabelnetz, wir erinnern uns alle, die Kabelfernsehen in den 80er Jahren kam alles über die Post und irgendwann haben sie es verkauft und heute ärgern sie sich drüber. Braucht man nicht mehr weiter zu diskutieren. Da bin ich auch mühsig, darüber zu streiten, ob bei diesen komplizierten Strukturen der Staat in seiner Aufgabe da besser und schneller wird. Braucht man nicht drüber, ist vorbei. Ja, aber wir haben viele Straßen, wir haben eine Bahn hier, wir haben, wie gesagt, es fehlt an digitaler Infrastruktur teilweise. Aber es ist nicht eine Aufgabe des Staates zu sagen, dass Daseinsfürsorge, weil du bist ja Bankkauffrau und Wirtschaftsfachfrau. Motze sind natürliche Kartelle und natürliche Kartelle gehören eigentlich in die Hand des Staates, ob er sie dann verpachtet, vermietet, verließ. Die schlechteste Alternative, die macht jetzt der Kreis mit dem Schulgebäude, ist PPB. Das aber gut funktioniert, das Gebäude sind fast fertig. Ja, ja, nur unterm Strich wird es dann doch ein bisschen teurer als bei dem jetzigen Zinsatz. Im Moment werden alle im Gebäude teurer, weil die Handwerker kaum ans Material kommen. Aber Zinsen sind günstig. Und der Vertrag wurde vorher geschlossen und es wurde auch im Festpreis vereinbart. Das ist ja müßig. Also wie gesagt, PPP kann man darüber diskutieren. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es so oder so zu betrachten. Jetzt ist der Landkreis natürlich kein Unternehmen an sich, der dann mit Abschreibung und Gott weiß was operieren könnte bei so einem Gebäude. Aber ja, gut, egal. Nochmal, wir drauf... Sanieren ja auch die beruflichen Schulen insgesamt. Nochmal zu den... Zu den... Ist auch der Landkreis beteiligt. Nochmal zu den natürlichen Kartellen. Ist es nicht so, dass das zu Daseins für die Straße, Telefonhäute, Stromleitung und so weiter, und dass da eigentlich der Staat die Oberhoheit haben müsste? Also, es ist selbstverständlich so, dass der Landkreis und auch das Land Hessen sich wieder bunt drum kümmern müssen. Ja. Hätte man vielleicht das auch ein wenig vereinfachen können, weil die Hindernisse, die auch über die EU kamen, sehr kompliziert waren. Das Land und der Landkreis gehen aber doch in die Verantwortung. Alles, was wir jetzt machen von Breitland Nordhessen, wird ja auch gefördert. Und wir haben in Hessen ein Digitalministerium und auch ein Breitbandbeauftragten und die sind im ständigen Kontrakt mit unserem Landkreis, wie mit anderen Landkreisen in Hessen, um das Thema wirklich voranzubringen. Also die Verantwortung des Staates ist nicht weg, sondern ist nach wie vor... Naja, ich finde, da haben wir ja die Infrastruktur. Das andere ist, quasi die Software, das Weiche, das Infrastruktur mit Bits und Malz und Strom zu befüllen. Also das muss man ja unterscheiden. Wer das nun gefällt, ist dem Endverbraucher letztendlich egal. Es muss funktionieren, es muss bezahlbar sein. Und Wünsche sind da noch offen. Da hat die neue Bundesregierung sicherlich auch noch eine sehr wichtige Aufgabe. Komm mal gleich zu. Eins muss ich vielleicht sagen, auch nachdem es auch so ein bisschen vor sich hingedimpelt ist, wir hatten über Freifung gesprochen, also Initiativen für WLAN, für freies WLAN, hat Hessen dann ein bisschen rausgegeben und die Dorflinde bei uns im Kreis in vielen Orten inzwischen installiert. Du meinst jetzt nicht die Bäume? Nein, ich meine die digitale Dorflinde, also freies WLAN an vielen Ecken. Und das ist gerade für die Jugend ganz toll, dass wir jetzt an vielen Punkten, wo man sich trifft, wie mit der digitalen Dorflinde ein WLAN-Netz aufgebaut hat, in das man sich einbauen kann. Wir waren jüngst in Pfannenberg-Geismar, wo die letzte Dorflinde jetzt noch... In Edertal, ja, also es geht voran, regelmäßig weiter und das Land fördert diese Dorflinden auch weiter. Und es ist eine tolle Möglichkeit. Ich habe es jetzt im anderen Bundesland nämlich festgestellt, da war ich auf Radführer und wollte mal gucken, wo sind wir denn hier eigentlich und nirgendwo war ein freies WLAN-Netz zu finden. Also da sind wir noch schon weit herangekommen. Nun kommen wir beide ja vom Land, deswegen muss ich so ein bisschen Schwimm füllen. Treffpunkt auf dem Dörfer war früher das Bushalterhäuschen oder die Milchbank, als das es noch gab. Und man hat miteinander geredet. Und ich stelle mir gerade vor, dass fünf Jungen nicht auf der Milchbank, die Witzern immer an der Bushaltestelle sitzen und der Linke mit dem ganz rechten Häuschen in der WLAN kommuniziert. Ich will das aber gar nicht als freies WLAN sein, dass es nicht auf sein kann. Aber für uns ist es auch wichtig, dass wir die Juventus in den Dörfern behalten. Werden wir sonst auch einen den Mädchen sitzt, der nach wie vor uns im Landkreis unterwegs ist. Ja. Und zwar in die Dörfer. Also da kommt die Infrastruktur und das Dorf da rein und hier haben wir sonst auch WLAN dabei. Also WLAN, ich will das nicht nur auf die Jungen, denn auf den Treffpunkt der WLAN ist deswegen wichtig, weil man zum Beispiel an manchen Ecken, wie du sagst, man seine Software updaten kann auf dem Smartphone, in eine Karte guckt, im Restaurantführer weiß ich ganz, also auch für die Gäste. Wir sind ja nun Tourismusregionen ganz wichtig. Und deswegen also nicht nur auf die Jungen, sondern wirklich in jedem Dorf sollte eine digitale Linke sein. Wenn die Senioren auch damit umgehen können, dann ist das toll. Wir haben auch sogar Scouts, die den Senioren helfen, die sagen, ich möchte ja gerne auch dran teilhaben. Hier ist mein Smartphone, wie gehe ich damit um? Kommen wir zur Landratswahl. Und das war nach der Kommunalwahl erstmal, naja, GroKo, diesmal mit der SPD als Jungen-Partner. Und eigentlich war alles klar. Dr. Reinhard Kubat, unser jetziger Landrat, hat also sehr früh schon seinen Finger gehoben. Da wussten die Genossen auch gar nichts davon. Da hat er schon gesagt, ich muss normal. Das ist dann auch so bestätigt worden. Und die CDU hält zumindest, was die Landratswahl betrifft, die Füße stehen, weil dann kann man seinen EKB behalten. Und die beiden sind gespannt. Erstmal soweit. So, und jetzt kommen drei andere daher und sagen, aber wir haben auch einen Kandidaten. Und schon hat so die CDU ein bisschen geschäumt. Also ich sehe nicht, dass die CDU geschäumt hat. Wir haben eine demokratische Wahl und da ist es auch gut, wenn die Bürgerinnen und Bürger Alternativen haben. Wir haben im Koalitionsvertrag, wir haben ja ein Bündnis im Landkreis mit der SPD. Und dort haben wir verankert, dass wir keinen eigenen Kandidaten stellen werden. Und wir erwarten allerdings dann auch von der SPD, dass sie unserem Kreis beigeordnen, der in dieser Legislaturperiode ja wieder zur Wahl steht, dann auch unterstützt werden. Und das ist genauso demokratisch wie die anderen Fraktionen im Kreis entschieden haben. Sie werden einen eigenen Kandidaten stellen. Das ist auch gut, weil in der Nacht schon, wir sind bei den Direktwahlen, jetzt wird es anders sein. Davon gehe ich aus. Wir haben eine Bundestagswahl und gleichzeitig in Landrats- und Bürgermeisterwahlen untergehen. Das ist die Chance für die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich der Urwahl stellen, etwas größer als 30 oder 40 Prozent Leibeteiligung zu bekommen. Das muss ich auch sagen, die Einschätzung teile ich an der Stelle. Nichtsdestotrotz, auch der Landratswahlkampf geht ja jetzt in die heiße Phase, weil der ist auch am 26. September. Und ja, wir schauen nun mehr von den einen Kandidaten in den Radfahrerwahlkampf zu sein und von den anderen Kandidaten mit kleinen Notagsvideos in Instagram zu erscheinen. Also sowas Richtiges kommt ja bei beiden in den Moment. Er ist ja auch regelmäßig unterwegs. Na gut, er ist ja auch Landrat, also er nutzt ja nur seine Tapete da auch. Ja, und er steht ja nicht zum ersten Mal zur Wahl. Und die Bürgerinnen und Bürger kennen Reinhard Kulwath, und zwar von Willingen bis nach Bad Willing und natürlich auch hier im oberen Bereich bis nach Bad Arbeit. Ja, sollte man bis dahin kennen. Das war jetzt die Spitze auf den Jürgen van der Osten. Der Frankenau wählt den Bürgermeister Rosenheim hatten wir schon, da gibt es vier Kandidaten. Das ist eigentlich auch eine schöne Auswahl für die Bürgerinnen und Bürger in dieser kleinen Stadt. Und die Freien Bürger hatten da enorme Erfolge in der Kommunalwahl. Die CDU tritt da in Freien Demokraten eher weniger in der Schreibung. Aber es gibt einen CDU-Kandidaten, kennt man den? Nein, wir haben keinen CDU-Kandidaten. Also einen Freien-Kandidaten, der, ja. Nein, wir haben keinen Kandidaten gestellt. Und wir beobachten die Wahl. Ich bin auch noch nicht sicher, wie die Wahl ausgeht. Ich finde es total spannend und das ist auch schön so. Und ich vermute mal, dass wir da eine Stichwahl kommen werden. Das denke ich auch. Es sind drei starke Kandidaten. Also die bekannt sind. Der eine, der macht sich gerade bekannt. Der SPD-Kandidat macht das eigentlich auch ganz gut. Der Kandidat der Freien Bürger ist bekannt von klein auf quasi und tourt auch durch die Gegend. Und der dritte Kandidat war 15 Jahre auf dem Rathaus. Also dürfte auch den meisten bekannt sein. Das scheint spannend zu werden. Das sehe ich auch so. Man muss sehen, wie sie sich beim Forum der Lokalzeitung demnächst schlagen werden. Das ist erfahrungsgemäß eine der entscheidenden Termine, wo sich Bürgerinnen und Bürger in großer Zahl übrigens auch interessiert zeigen. Und auch umentscheiden, obwohl sie vorher anders gepolt waren. Da muss man mal gucken unter Corona, was da möglich ist oder ob man sich auch digital zuschalten kann. Das weiß ich noch nicht. Aber da gibt es das Interesse an den Kandidaten schon drauf. Aber nach dem Bundestagswahlkampf, da bist du heute Nachmittag quasi doppelgleisig unterwegs. Nachher auch mit der Kandidatin für den Wahlkreis hier, die Bischof, die also quasi den Wahlkreis von Bernd Siebert versucht, wieder für die CDU zu gewinnen oder für sich zu gewinnen. Weil Bernd Siebert tritt nicht mehr an. Ja, der hat ja die Altersgrenze erreicht. Und wir haben jetzt eine junge, dynamische und gut ausgebildete... Und gut aussehende, darf man euch auch mal sagen. ...kandidatin. Und sie macht sich hier im Bereich unseres Landkreises bekannt. Sie kommt ja aus Fritzlar, also so weit entfernt ist sie nicht. Und sie begleitet mich bei vielen meiner Wahlkreistage, denn ich mache ja jeden Sommer meine Wahlkreisreisen durch die Gemeinden und Städte meines Wahlkreises. Und heute bin ich in Battenberg unterwegs. Also einmal in der Kahnstadt und natürlich dann auch in Dodenau, ne? Ja, Dodenau in Battenberg hat eine besondere Rolle, weil sie ja Tourismus... Der einzige Ort, wo Tourismus möglich ist. Ja, aber zum Beispiel Motorradfahrer kreisen weit über unsere Lande. Ja, ja. Bestens bekannt. Und sie haben sich da eine tolle Nische gesucht. Und unser Ederradweg, der geht an Dodenau vorbei. Da endet ja der Tunnel. Also von daher, da ist viel Potenzial. Und die Dodenauer sind auch sehr rege, was Vermarktung angeht. Ja, also die Übernachtungszahlen von Battenberg gehören eigentlich nach Dodenau. Das muss man fairerweise sagen. Battenberg selber hat zwar einiges zu bieten, aber hat glaube ich doch nicht alles Potenzial. Wir haben gerade oben eben an der Neuburg zwei holländische Gäste getroffen, die ganz begeistert sind, wie Wassersönne, Altstadt, hier, Battenberg. Ja, aber deswegen gesagt, die haben ihr Potenzial noch nicht ganz erschlossen. Man muss dazu sagen, die könnten also auch mit dem Pfund Mountbatten wuchern. Und es würde Windsor und Mountbatten überhaupt nicht interessieren, wenn die da ein Schild dran machen, Mountbattenhome oder was weiß ich. Aber da sind sie sehr zurückhaltend, die Battenberger. Och, ich finde das aber häufig im Netz. Und wenn das britische Königshaus irgendwelche Jubiläen hat, dann... Dann schicken sie eine Glückwunschkarte. Und dann wird die Fahne gehisst. Ja, das war es dann aber auch. Also man könnte da ein bisschen mehr draus machen. Die holländischen Gäste waren da allerdings auch nicht angesprochen. Nee, aber da sind... Und in Bad Wildung, wo Königin Emma der Niederlande ja schließlich herkam. Ja, auch bei Aarholz. Ja, und ihren Herzprinz der Niederlande, glaube ich, in Bad Wildung kennengelernt hat. Also sei nicht so bescheiden. Auch Bad Wildung gehört zu Waldeck. Ich bin auch sehr stolz auf meine Heimatstadt und die Weiterentwicklung dieses Heilbades. Gerade jetzt auch als Thema Long-Covid-Syndrom, die ist wichtig. Ich habe gerade eine Klinik letzte Woche besucht, die sich jetzt darauf einstellen, dass mehr Patienten kommen werden, die vielfältige Krankheitsbilder haben mit dem Long-Covid-Syndrom und die bereiten sich jetzt vor, gute Therapien zu entwickeln, um diesen Menschen zu helfen. Wir sind Hessens Touristenregion Nummer eins. Erstens von der Grenze zum Schwalm-Eder-Kreis, also Anna-Maria-Bischof-Gehege bis hier obere Edertal von Willingen bis zum Edersee Nummer eins. Und haben natürlich extrem unter Corona gelitten, die Tourismusindustrie bei uns. Jetzt läuft das so langsam wieder an. Fehlen natürlich überall die Mitarbeiter, weil die haben sich zum Teil umorientiert und eine Lohnhochburg in dem Bereich ist weder die Gastronomie noch Waldeck-Frankenberg. Aber das macht mir schon Sorgen. Man sieht das überall, dass es schwierig ist, die Gaststätten wieder zu öffnen, weil einfach das Personal fehlt. Und da hoffe ich, dass gerade diejenigen, die sich unorientiert haben oder die auch in ihre Heimatregion zurückgegangen sind, dass die sich möglichst bald wieder hier auf unser Landkreis einstellen, damit wir hier wieder zurückkommen von dem, was wir schon mal erreicht hatten. Also muss man natürlich sagen, dass es immer noch in manchen Ecken des Landkreises deutlich an touristischer Infrastruktur fehlt. Also mal einen Kaffee trinken oder so ist nicht ganz so einfach. Man muss dann schon ein bisschen Verpflegung mitnehmen und Geduld haben. Die andere Geschichte ist, ich erinnere da mal an die Gemeinde Willingen und das wäre etwas für Edersee oder ähnlich. Also diese Hochburg, da ist zum Beispiel der Ein-Kindergarten in der Kerngemeinde Sonntag und Sonntag geöffnet. Weil man eben Touristenhochburg hat, weil eben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir müssen ja sagen, im Dienst haben oder müssen oder Sonntags arbeiten müssen. Und es gibt, die Saisons verschieben sich ja, also Sommer geht ja quasi in den Herbst und Winter schon über. Müssen da die Gemeinden in diese Richtung, klar muss das bezahlt werden, kein Thema, aber müssen die Gemeinden in die Richtung nicht auch mal nachdenken? Ja, das tun Sie auch. Die Öffnungszeiten in den letzten Jahren haben sich deutlich vergrößert, was das Schwenkkommen betrifft. Und die werden auch bedarfsgerecht gestaltet, muss aber auch alles finanziert werden. Und wir haben auch eine Kooperation mit den Tagesmüttern, den Tageseltern. Gerade in Rangenberg hat der Landkreis ja eine Vermittlungsstelle aufgemacht. Ja, einen Stützpunkt. Einen Stützpunkt, denn dieses Problem ist ja, wenn ich eine Tagesmutter habe und die wird krank, dann stehe ich als Eltern da und mein Betreuungssystem bricht zusammen, dass es jetzt Vertretungsregelungen geben wird und eine engere Kooperation. Das ist ein sehr, sehr guter Schritt. Und mir ist auch daran gelegen, dass wir irgendwann mal eine Plattform im Internet haben, wo die Tagesmütter ihre Zeiten anbieten und die Eltern, die Betreuung suchen, dort auch gucken können, wofür nicht denn meine Tagesmutter oder mein Tagesmutter... Also mit dem Stützpunkt, ich war nämlich zufällig da und habe darüber berichtet, da ist auch ein Grund, auch Tagesmütter haben Ferien und Urlaub und können krank werden. Und bisher war das so, es gab ein Problem. Durch den Stützpunkt hat sich das nun geändert, weil es gibt Urlaubsvertretung, Krankheitsvertretung und im Notfall können auch in dem Stützpunkt einige Kinder tageweise betreut werden. Also das ist das Wichtige. Als sozialpolitische Sprecherin im Landtag ist mir ja auch sehr daran gelegen, dass wir auch die Betreuungszeiten in der Grundschulzeit verbessern. Dort ist ja jetzt im Vermittlungsausschuss das Gesetz, dass die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen sicherstellen soll, übrigens auch in den Ferien. Da geht es noch ums Geld. Die Länder bekommen, haben zu hohen Kostenanteil, der dann natürlich auf die Kommunen zurücksteckt. Da kann der Boden sich noch durchaus bewegen. Aber der Weg ist klar. Wir brauchen Betreuungssicherheit für Eltern, gerade für die Mütter, die wieder arbeiten gehen wollen. Und zwar vom Kleinkind an über die Grundschulzeit hinaus. Und da haben wir im Moment zwar als Landkreis schon viel getan. Wir haben auch den Pakt für den Nachmittag eingeführt, wir haben die betreuende Grundschule, wir haben Ganztagsangebote. Aber dann würden wir noch einen Schritt weiter gehen und könnten bis um 15 Uhr dann auch die Betreuungssicherheit darstellen und vor allen Dingen auch in den Ferien. Du hast immer wieder von Frauen, die arbeiten gehen, ja und was mache ich in den Ferien? Ich selber habe nur sechs Wochen Ferien und mein Kind ist in der anderen Zeit unbetreut. Und dann muss ich sehen, habe ich die Omas oder die Nachbarn? Ja, jetzt sind auch unsere Grundschüler inzwischen zum größten Teil Fahrschüler, weil nicht jeder Ort mehr eine Grundschule hat. Also ich sage mal 15 Kilometer Umkreis in die Grundschule ist kein Thema bei uns im Kreis. Das heißt natürlich auch immer früh auf, das heißt auch für die Senioren, die jetzt nun mal in Städtchen zum Arzt müssen, Gott weiß was, sich in den voll besetzten Schüler müssen quetschen, was auch nicht immer ganz einfach ist. Also es gibt Stimmen, die schon seit Jahren sagen, lass die Schule doch mal eine Stunde später beginnen. Wäre für die Kinder besser und für vieles andere auch. Ein Jahr in Edertal. Weil die renoviert wird im Bad Leder. Weil die Kommen wird komplett saniert und damit das gut voranschreiten kann, wird nicht während des laufenden Schulbetriebs gearbeitet, sondern die Schülerinnen und Schüler gehen jetzt für ein Jahr ins Edertal. Und zwar gestaffelt im Anfang, was du das erwähnt hast. Die fangen also später an, sodass jetzt erstmal die größeren Schüler morgens kommen und wenn die im Unterricht sind, dann kommen die Grundschüler an. Und da sind wir gespannt, wie das funktionieren wird. Ich bin da sehr optimistisch. Aber man kennt es von anderen Ländern, dass die Schule oft eben eine Stunde oder zwei später dann allerdings auch bis in den Nachmittag hineingeht. Ja, wir haben aber auch Schulen, die einen freien Beginn morgens mit freiem Arbeiten machen, weil auch die Schulbusse ja nicht alle auf die gleiche Uhrzeit kommen, sondern auch zeitlich versetzen. Also diese Wege gibt es. Und wir haben bisher immer noch, und das ist mir auch wichtig, eine freiwillige Ganztagsschule. Wir bieten das als Option an, für diejenigen, die das wollen. Und die Anzahl derjenigen, die es nutzen, ist jetzt mit 40 Prozent ja deutlich gestiegen. Aber es ist nach wie vor keine Ganztagesschulpflicht, wie es zum Beispiel in angelsächsischen Ländern ist. Und das möchten auch viele Eltern nicht. Ja, da muss ich auch mal erinnern, dass Deutschland das Vereinswesen aufmacht. Ja, das gibt es aber in den USA und sind auch meistens die Schulmannschaften im Sport. Da sind die Vereine besser in die Schule integriert, man muss das so sagen. Ja, die Vereine sind da eher untergeordnet. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, weil heute gerade die Pressemitteilung vom Kreis Paderborn, das ist in der Nähe von Waldecht-Frankenberg, wir grenzen doch direkt an einem Zipfel dran, fast weg da oben Fürstenberg. Die bilden schon seit Jahren zum Beispiel im Sportunterricht Kinder und Jugendliche zu Fußballschiedsrichtern aus. Ja, also tolle Idee, weil man, man gibt den Vereinen etwas zurück, weil man denen jetzt ein Jugend, also ich glaube ab zwölf kann man das da machen, in den Schulen, das ist doch eine tolle Idee. Wir haben ja auch in den Ganztagsangeboten, die nachmittags Stand finden, in ganz vielen Schulen die Vereine integriert, vom Sportverein bis zum Musikzug hier in Wattenberg und anderen Bereichen, vom Aquarienkunde bis zum Yoga gibt es da Angebote und natürlich auch im Handball oder im Fußball, damit die Sportvereine die Kinder schon mal in der Schule kennenlernen und sie dann für das Vereinswesen gewinnen. Denn es ist schade, wenn die Jugendlichen die Möglichkeit nicht mehr haben, zum Beispiel in Mannschaften zu spielen oder sich überhaupt an neue Sportarten heranzufagen. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, weil du hast einen Anschlusstermin um 15 Uhr, glaube ich. Aber eine Sache ist vielleicht noch wichtig, du selbst warst aktive Schwimmerin und jetzt hat der Landkreis Waldeck-Frankenberg ja Folgendes gemacht, es gab Bußgelder gegen die Verstöße der Corona-Auflagen und normalerweise freut sich jede Kommune, jeder Stadtkämmerer, jeder Kreiskassenwart hier, toll, wieder 50.000, 60.000 Euro im Sack, das hat der Kreis Waldeck-Frankenberg gemacht, ne. Der hat die Quimmbäder oder Jugendlichen ermöglicht, Quimmbäder zu gehen in den Sommerferien, wo hat man leider keinen richtigen Sommer. Ja, aber einige waren doch schon da. Also wir unterstützen hier viele ehrenamtliche Freibäder, auch im Landkreis, da gibt es ein Budget im Kreishaushalt. Die Förderbescheide wurden jetzt gerade auch wieder übergeben. In Landau. Und zusätzlich haben wir gesagt, wir müssen ja als Landkreis zur Kenntnis nehmen, dass die Gefahr, dass Kinder überhaupt nicht mehr schwimmen lernen und dann verunglücken, gerade bei uns mit den vielen Seen gegeben ist. Seen und Flüssen, soll man nicht unterschätzen. Ja, auch mit Flüssen. An den Wehren hier oder so baden ja ganz viele. So, und viele Kinder wissen gar nicht, welche Gefahren auch mit Wasser verbunden sind. Also die Gewöhnung ans Wasser, die ist immens wichtig. Und im Sportunterricht im dritten Schuljahr sollen ja alle Kinder, die es noch nicht können, spätestens bis dahin eher schwimmen können. Da fand der Schwimmunterricht nicht statt. Und jetzt war es doch mal eine tolle Gelegenheit zu sagen, in den Sommerferien bieten wir unseren Kindern die Möglichkeit, in die Bäder zu gehen, Kontakt zum Badenberg und auch Schwimmkurse zu machen. Auch das ist wichtig, damit wenigstens alle Kinder sicher schwimmen lernen. Das war eine Herausforderung, das will ich noch so sagen. Das habe ich mir nämlich auch in Badenberg angeguckt. Ich habe selbstverständlich auch in diesem Sommer wieder einen Schwimmbad besucht, dass die Bademeister doch sehr aufpassen mussten, weil da Kinder dann im Schwimmbad waren. Und das ist auch richtig so, die vorher noch nie im Schwimmbad waren. Die wollen wir ja gerade gewinnen, nicht die, die sowieso mit engagierten Eltern dann ins Schwimmbad gehen. Und das ist wohl auch gedungen. Es hätte mir natürlich noch schöneres Wetter sein können. Es hätte wärmer sein können. Also weil wir hier in Badenberg sind, wir reden vom Bärenbad, wir reden von dem sogenannten Bärenbad. In Badenberg, das ist ein Hallenbad und ein schönes Freibad. Und der Besuch lohnt sich immer. Ein bisschen Reklame dafür machen, für die Freibäder. Genau, das wird auch ein Thema meines Wahlkreistages heute mit dem Bürgermeisterstreich. Und hat auch ein weites Einzugsgebiet. Bis weit ins Marburger Land rein oder selbst von Frankenberg her kommen die Leute lieber nach Badenberg. Ja, Bundestag, weil Politiker glauben ja nicht an Umfragen, gucken aber jeden Tag drauf. Und im Moment läuft es nicht so optimal für deine Partei. Das hat verschiedene Gründe. Einmal gibt es den, der, also wer früher, wer vom Land kommt, kennt die Ackerwagen und die Bremse war. Man hat einen dicken Knüppel in die Speiche gesteckt, damit die Räder stehen blieben, wenn die Kuhgespanne bergab ging. Also der den Stock in die Knüppel in die Speichen steckt, aus Bayern. Und dann gibt es auch so ein paar Fauxpas des Kanzlerkandidaten. Wenn ich dich jetzt frage als CDU-Mitglied und CDU-Landtagsabgeordnete, wer wird Kanzler, wirst du sagen Laschet. Genau, das will ich sagen. Und davon bin ich überzeugt. Trotzdem müssen wir jetzt mal Gas geben. Und wir haben auch jetzt darüber gesprochen, dass wir mehr die Themen transportieren müssen. Auch mit unseren wirklich guten Gesichtern mehr in die Presse gehen müssen. Und nicht nur einen Personenwahlkampf machen wollen. Und wir werden auf die Wählerinnen und Wähler jetzt zugehen. Und heute Nachmittag ist auch so eine Gelegenheit, wie sich andere Gelegenheiten bieten. Was mich ja manchmal so ärgert, ist, dass die Presse doch heute da eine sehr große Macht hat, um einen Kandidaten hoch oder runter zu spielen. Ja, aber die Macht hatten sie vorher auch schon. Der Unterschied ist, in den letzten 20 Jahren hat sich der Wahlkampf komplett geändert. Du erreichst heute Leute im Wahlkampf, die du früher beim Ortstermin in der Dorfkneipe im Saal im Dorfgemeinschaftshaus erreicht hast. Und die sind nach Hause gegangen, haben sich die Köppe am Stammtisch heiß geredet. Und in den Lokalzeitungen stand dann eine Viertelseite Bericht. Das war alles toll und jeder kriegte sein Forum. Heute ist es der digitale Stammtisch, aber auch die Dorfkneipe, das Internet, das Social Media. Und man macht einen Wahlkampf zum Teil immer noch wie vor 30 Jahren. Also man hängt Plakate auf, man schreibt sich die Finger wund an Lokalzeitungen und die veröffentlichen den Wahltermin sowieso nicht, weil sie dann nur noch auf ihren zwei Seiten oder drei Seiten, die hier die Lokalzeitung hat, nur noch Wahlkampf hätten. Ja, da kommt, ich sag mal, je nach Guss des Redakteurs kommt dann so Wahlkampf. Heute kommt Michael Roth nach Frankenberg oder das war es dann. Das war so ein Zweizeiler, der steht unter Veranstaltungen. Und ob da nur einer hingeht oder nicht, letztendlich ist es wurscht. Und man vergisst nichts mehr. Aber natürlich hat Corona uns in vielen Planungen für einen Wahlkampf durch die Rechnung gemacht. Wir können keine großen Veranstaltungen machen, wir können nur kleinere Besuche machen. Und deshalb sind die sozialen Netzwerke so unendlich wichtig. Natürlich sind die wichtig. Dort werden Meinungen transportieren, aber es werden auch radikale Meinungen immer mehr... Ja, aber das sind die, die du früher an der Dorfkneipe am Stammtisch hattest. Aber da sprachen die gleichen Leute vielleicht auch anders und nicht mehr zurück. Na, weil sie Face-to-Face gesprochen haben, ja. ...Verumklümpfungen passiert und das ist manchmal erschreckend, was da passiert. Ja, das sehe ich auch so. Aber wir als Parteien stellen wir uns da natürlich dar und die viele Bürgerinnen und Bürger schauen auch und gucken, was dort gemacht wird. Aber es ist nicht so, dass in den letzten Jahren viele Themen, die vorher bestimmten Parteien zugeordnet werden konnten, die Kernkompetenzen waren, wie man so schön sagt, inzwischen fast jede Partei auf der Pfanne hat. Ich meine, abgesehen von ganz links, ganz rechts, aber Umweltschutz, Klimaschutz, CO2 und, und, und. Die eine mehr, die andere weniger, aber auf dem Programm haben sie das alle irgendwie, ne? Ja, aber das sind ja auch die Probleme, die wir heute haben. Ja, aber Lösungen hat keiner. Natürlich ist das, keiner kann Fingerschnippen und wir können auch sagen, Deutschland ist so klein, das soll mal China und USA machen. Die machen es übrigens nicht. Wir machen da nichts, das sehe ich anders. Wir haben eine Verantwortung und eigentlich ist das ein ureigenes CDU-Thema, weil wir waren immer für unsere Heimat, für unsere Umwelt und unsere Natur und nichts anderes machen wir beim Klimaschutz auch, denn wir müssen unsere Natur bewahren und gleichzeitig ist für uns wichtig, dass auch der Wohlstand unserer Gesellschaft möglich wird, dass jeder einen Arbeitsplatz hat, denn das ist das Allerbeste, was man machen kann gegen Armut, das passt ineinander. Und dass das Ganze sozial gestaltet werden muss, braucht man mich als Sozialpolitikerin nun ganz sicherlich nicht. Aber als Wirtschaftspädagogin weißt du auch, es ist eine wunderschöne Theorie, die Wirtschaftstheorie oder die Markttheorie vom unbegrenzten Wachstum. Das haben wir schon lange nicht mehr. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft und da hat das nichts mit unbegrenztem Wachstum. Ja, aber Wachstum brauchen wir. Naja, aber wenn auf der einen Seite war Zwecks, und das ist nun ein Markt-Urgesetz, schrumpft auf der anderen Seite was. Das ist so. Ob das nun in Spanien schrumpft oder in Griechenland oder in woanders, aber ein anderer Markt wird dafür kleiner. Wir arbeiten in Europa zusammen und wir können nur gemeinsam Wohlstand erwirtschaften. Und natürlich, wenn wir Aufträge vergeben, werden die nicht alle in Deutschland produziert, sondern auch in unseren Nachbarstaaten. Der Großteil unseres handels spielt sich in Europa ab. Also von daher, Wohlstand für uns bedeutet auch Wohlstand für unsere Nachbarländer. Und wir sehen ja jetzt gerade, wie abhängig wir vom weltweiten Handel überhaupt sind. Ganz im Gegenteil, wir müssen uns jetzt wieder überlegen, müssen wir uns in jedem Feld abhängig machen von den anderen Ländern, oder müssen wir nicht auch für eine bestimmte Grundvorsorge... Nur, ich sag mal, Halbleiter und Computerchips ist man heute von China abhängig. In den 70er Jahren war man von Japan abhängig, weil die das Know-how und die Technologie hatten. Ja, wir haben auch schon mal Chips... Ja, und dann hat man festgestellt, Deutschland ist zu teuer, zu langsam und hat es doch wieder nachvergeben. Aber nochmal, Wachstum im gewissen Maße natürlich bringt mich wieder zurück bei uns im Landkreis. Und das soll auch dann so langsam zu Ende kommen. Wir hatten über touristische Infrastruktur gesprochen. Es sterben die Dorfkneipen, nachdem die Dorfläden und die Dorfmetzger gestorben sind. Viele DGHs haben zwar eine Gastronomie, aber auch die ist schwierig an die Frau oder an den Mann zu bringen. Warum? Weil wir überbordet sind mit Vorschriften und Verordnungen. Das heißt, wenn ein Gastronom seine Dorfkneipe, die er 50, 60 Jahre geführt hat, aufgeben will und möchte sie an den Enkel übergeben, dann fängt bei dem Enkel der Stand Null an. Das heißt, Brandschutz, Hygiene, Toiletten und, und, und. Der kann quasi neu bauen, also lässt das. Sind wir überreguliert in manchen Bereichen? Also Büro-Kartierabbau ist ein Dauerthema, was uns alle beschäftigt. Nur wenn irgendetwas nicht gut geht, dann wird sofort gerufen. Warum hat denn der Staat da nicht besser aufgepasst?